ja leute willkommen wieder bei neuen let's play und ja letztens haben wir was haben wir jetzt eigentlich gemacht ich glaube wir haben die zwerge vertrieben eigentlich haben wir gewonnen gegen die zwei generäle aber ja das spiel ist so konzipiert dass wir automatisch verloren haben das reich der zwerge ist wohl untergegangen wir hatten seine cut ziehen wo halt so ein felsen hinunter gestürzt ist und hat all die brücken halt kaputt gemacht viele der zwerge saßen fest und wurden halt ausgemerzt machen wir da mal weiter jetzt sind drei der bereiche offen splitter des goblins die webex hause und da ist noch eins offen aber der orden des wahren lichts wegen wir mit den goblins leute das goblins hat begann konstruktion der tower zu secure der futter beten wir zuerst das leben der goblins und dann schauen wir weiter ja bro wie kommen wir zu dir zurück der splitter des goblins was für später habe ich was verpasst oder heißt dieser ort halt das splitter des goblins nein es heißt goblin teil das steht c ja der ladebildschirm dauert immer sehr lang bei diesem spiel kann man nichts machen ich versuche euch irgendwie zu unterhalten aber ist ziemlich schwer wirklich wenn da nichts ist man sieht nur so ein bildschirm ein goblin der ein sperr glaube ich in der hand hält und ist es so ein befehlshaber oder so ich sehe ein goblin der halt da oben steht und befehle gibt ich schätze für leute Guck, Guck, Guck! Oh mein Gott, die fressen sich gegenseitig. Und die lachen auch dazu darüber. Ich glaube, es sind ein paar Splitter verstreut und wir sollen die jetzt sammeln. Okay, da ist nichts. Irgendwas passiert hier, Leute. Sammeln, Sondert Gold, Alchemistenfeuer. Da sehe ich noch was. Da kann man nicht rein. Oh mein Gott, die nicht nicht. Wie kann ich meine eigene Schad? Der ist gerade runtergefallen. Kommt da noch welche? Weitere Gegner, bitte. Okay, das war's dann. Hier eine Zielscheibe. Haben die nichts versteckt? Was Besonderes oder so? Nein, gehen wir runter schnell, Leute. Da ist was. Weil diese Giftsachen da... Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Hey, Sister. Aber ich komme da nicht weiter. Jetzt wieder zurücklaufen. Mein Gott, Alter. Irgendwie haben wir es geschafft, Leute. Wenn wir mich erregnen. Was? War das ein Bug? Ich weiß nicht, was das war, Leute. Aber es hat uns den Arsch gerettet. Wartere Gegner, bitte. Okay, das war's. boom 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 hey goblins ich bin hier ist dagegen sieht dann gleich was habe ich das gefühl die ändert sich minimal noch einer weg es bist du dran komm her was kaba bange hier down hamburg's tower begin by reaching argos gate seltenheit erhöhen nimm das wo geht es jetzt weiter leute von hier bin ich gekommen also weiter auf schauen wir uns mal um da oben jetzt halt diese bombe da was sie ist ausgewichen da ist ein sehr gut riesen fischer gekommen das ist hier los wo riesen fisch bleib unten gewöhnliche kristall so was brauche ich nicht von hier komme ich da runter aber da war ja auch noch so ein weg oder hat es hierher geführt hey da unten wie habe ich das verpasst nein wartet wenn ich so rübergehe Puh, ich hab's irgendwie geschafft, Leute. Giftig. Was? Was hab ich da gemacht? Was? Was hab ich da gemacht? This one will test me. Was? Oh! Oh! noch zwei weg du bist der letzte was ist jetzt passiert ok was so so komme ich darauf zu dieser schatztruhe nein nicht noch ein rück ich habe schon sehr viele ringe und schon rauch sollte noch was sein leute weil wir haben sie gesehen von der anderen seite springen wir mal runter da komme ich dorthin gehen wir weiter vielleicht finden wir den weg ist das sinkt wie lust ok ich weiß wie ich das beseitige mal alter nein und das hier jetzt hätten wir alles zauber gemacht und für diese weg nicht zu retten schatz dieser weg für den zweiter leute hierauf kommen wir nicht mehr aus der trank gehen wir noch unsere tränke alle